die herbst tour ist vorbei das letzte video ist vergangenen sonntag gekommen wer es noch mal sich angucken will war hier noch mal verlinkt ich habe mir extra zeit gelassen beim videoschnitt dass das auch wirklich ein gut zusammengeschnittene videos sind die dann auch wirklich highlights sind so was dauert dann auch immer ein bisschen länger aber jetzt freuen wir uns alle auf die neue saison ostern steht direkt vor der tür ich schneide das video hier gerade direkt am mittwoch und hoffe es auch noch am mittwoch hochzuladen spätestens aber am donnerstag solltet ihr das video dann auf meinem kanal dann gesehen haben auch aus aktuellem anlass aber auch als update ich habe festgestellt dass ich mein video von vor zwei jahren internet für unter fünf euro im wohnmobil immer noch sehr interessiert anschaut obwohl es natürlich inhaltlich inzwischen ein bisschen überaltert ist das wollen wir in diesem video hier aufholen dann gucken wir bei mir was der aktuelle stand bei mir ist welche empfehlung ich euch gebe welche informationen ich euch dazu gebe wofür können wir internet im wohnmobil gebrauchen wie kommen wir an entsprechendes internet auch günstig heran welche einschränkungen sind da gegebenenfalls auch mit ja verknüpft und zum ende des videos hin werde ich dann auch noch mal einen kleinen blog machen wo ich aktuelle vertragsangebote dann noch mal für euch durchgehe wo ihr vielleicht dann einen passenden vertrag für euch dann finden könnt das soll aber auch dann immer noch so generell sein dass ihr dann auch ohne dass es diese angebote zu dem zeitpunkt wo ihr das video seht dann auch immer noch da informationen drin wieder findet die für euch interessant sind wenn ihr euren vertrag wo sind fallstricke mit dem internet denn es gibt auch tarife die im ersten moment gut klingen und dann aber im zweiten moment für den einzelnen von euch vielleicht tatsächlich probleme mit sich bringen das muss nicht bei allen nutzern so sein das kommt immer auch aufs anwendungsszenario darauf an und ich starte gleich direkt mit dem für mich wichtigsten teil ich nutze das ganze viel zum streamen zum fernsehen gucken im weitesten sinne wenn man das noch fernsehen gucken nennt lineares tv ist ja zunehmend dann auf dem absteigenden ast ich selbst merke ist bei mir mein fernseher den ich hier immer in einer box unter dem tisch hier mit mir herum gefahren habt der wird eigentlich kaum noch genutzt ich mache das so gut wie gar nicht mehr entweder ich gucke hier tatsächlich auf dem handy dann irgendwo noch mal was wenn ich dann abends zum runterkommen noch mal ein bisschen irgendwo mich berieseln lassen möchte oder ich hab mein feier hd 8 dass ich mal für sehr kleines geld abgegriffen hat da empfehle ich immer solche sonderaktionstage von amazon da lohnen sie sich wirklich dann kann man so ein feier hd 8 tablet was also mit 8 zoll schon ziemlich großes display hat so für um und bei 50 60 euro dann einsammeln und das ist ein wunderbares tablet kann man wunderbar dann auch mal seine serieninhalte draus drehen das tablet hat dann noch den weiteren vorteil da kann ich nämlich dann auch daten sparen indem ich videos bevor ich auf reise gehe hier einfach mir lokal herunterlade das sorgt natürlich dafür dass der datenbedarf den ich in einer urlaubstour habe gewaltig nach unten geht weil video streaming ist natürlich einer der größten verbraucher von datenvolumen wenn ich das dann vorher schon in meinem heim wlan gemacht habe dass die daten dort schon lokal hier auf dem tablet gespeichert sind dann habe ich kein problem mehr damit dass das jetzt noch mal meine mobile datenrate irgendwo mit belastet auch das ist ein vorteil von solchen geräten das könnt ihr aber auch genauso gut auch schon auf eurem handy machen wenn ihr dort in den entsprechenden apps das ganze dann durchführt das geht eigentlich bei den meisten streaming anbietern netflix bei amazon prime et cetera da findet ihr entsprechende möglichkeit euch offline inhalte hinzustellen auch da könnt ihr sparen ich kann das hier mal einblenden da habe ich das mal auf meinem einen handy dann ausgewählt wie ich mir dann eine folge von der last of us herunterlade für so einen lokalen zugriff da kann ich dann auch die qualität dann bestimmen denn es macht effektiv keinen sinn auf einem handy display etwas in 4k sich angucken zu wollen das kann vielleicht das display auflösen aber das menschliche auge nicht mehr da reicht eigentlich eine viel viel bescheidenere qualität die ihr dann hier in dieser einblendungen auch sehen können welche volumina dann entstehen bei der jeweiligen qualitätsstufe also ich bin meistens dann bei gut dann irgendwo geblieben wenn ihr euren fernseher im wohnmobil doch noch nicht in ruhestand schicken wollt und er ist noch kein smart fernseher per se dann hat er das meistens schon integriert dann habt ihr die möglichkeit mit entsprechenden sticks die haben also einfach ein hdmi eingang hier diese beiden das ganze dann an euren fernseher anzuflanschen und dann habt ihr auch damit einen smart tv euch gebaut der übers internet dann auch tatsächlich dann wieder inhalte wieder geben kann wenn ihr solche geräte nutzen wollt ein mi tv stick dann braucht ihr natürlich auch ein internet auf das dann dieser tv stick oder auch der fire tv stick von amazon zugreifen kann da kommen dann diese kleinen geräte hier zum tragen das ist mein erster router den habe ich immer noch als backup weil kostet nicht viel das ist der tp link m 73 50 ist ein 4g lte router der kann also 4g netze dann herstellen allerdings ist der noch kategorie 4 cut for damit ist er in den nutzbaren frequenzen etwas eingeschränkt was er dann tatsächlich dann für lte netze dann nutzen kann im normalfall sage ich euch ganz offen wird das für euch vollkommen ausreichen weil wenn ihr nur so ganz normal mobil unterwegs seid dann teilt ihr euch die netzfrequenzen im jeweiligen netz nicht mit wahnsinnig vielen anderen leuten dann habe ich mit dem teil hier immer noch ein super klasse empfang reicht bei mir wie gesagt komplett aus da kommt eine kleine sim karte rein das kann ich euch hier hinten mal zeigen da kommt hier hinten der deckel ab dann nimmt man den akku raus und dann wird hier eine sim karte eingelegt über die sim karte lockt sich das ganze dann ins mobilfunknetz ein kleiner tipp im anderen handy eingelegt vorher dort einmal dann die pin sperre für die sim karte herausgenommen und dann erst sie hier rein legen dann funktioniert das gleich direkt ihr braucht also für so ein mobiles internet eine sim karte dazu kommen wir gleich auch noch ich habe selber mittlerweile aufgerüstet ich habe jetzt nämlich den nachfolger bei mir persönlich ist es der tp link m 76 50 geworden der ist jetzt schon eine nummer besser was lte angeht der ist nämlich cat 11 kategorie 11 der kann mehr frequenzen und der kann auch kanalbündelung kanalbündelung heißt er kann mehrere kanäle öffnen im lte netz und diese zu virtuell einen kanal kombinieren durch diese kanalbündelung bin ich also in empfangsgebieten wo ich mir das lte netz mit sehr sehr vielen anderen leuten in dem fall ja dann auf dem wacken ob mehr mit 85.000 leuten dann teilen muss hat ein bisschen vorteil dass er ein bisschen mehr datenrate dann möglich macht mit solchen mobilen routern könnt ihr euch also euer eigenes wlan dann aufbauen die haben dann auch eine stromversorgung über akku wenn das aber nicht reicht könnt ihr auch entsprechend sie dann über einen usb anschluss dauerhaft mit drum versorgen dann läuft das wlan auch durch jetzt fragt ihr euch vielleicht deshalb stellt michael den netgear nighthawk nicht mit vor sondern bleibt bei den beiden tp link gerät ich habe den netgear nighthawk m1 einmal getestet es gibt mittlerweile bereits den m6 das ist ein sehr 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 teurer mobilfunkrouter kurzfassung von meiner erkenntnis der netgear nighthawk ist mit kanonen auf spatzen geschossen ihr könnt dort wahnsinnige durchsatzraten schaffen ihr könnt wahnsinnig viele geräte damit verbinden ihr könnt externe antennen anschließen wo aber auch schon mehrere andere tester festgestellt haben also da wo man ohne die externe antenne keinen empfang mehr hat hat man auch mit externer antenne keinen empfang mehr also das habe ich jetzt inzwischen schon von mehreren anderen testern waldhelden seien gegrüßt der hat das zum beispiel dann auch mal festgestellt die externe antennen funktion ist da also nicht über zu bewerten und in den meisten fällen ist der limitierende faktor nachher euer mobilfunknetz denn wer von euch bitteschön hat ein mobilfunkvertrag der im ein gigabit pro sekunde download rate ermöglicht das dürften die wenigsten sein wir kommen nachher bei den tarifen die ich jetzt hier mal aktuell rausgesucht habe dazu was so typische übertragungsraten sind ein gigabit was eben die vorteile vom netge nighthawk sind dass der das kann bietet eigentlich gar kein mobilfunkanbieter das heißt ihr habt dann ein gerät das theoretisch in der lage ist tempo 300 auf der autobahn zu fahren aber ihr fahrt permanent in einer tempo 80 zone ob es einem das dann wert ist für das gerät sechs sieben 800 euro auszugeben beim neuesten gerät sogar in der in der vierstelligen liga dass man dann über 1000 euro ausgibt das sei dann wirklich dahingestellt deswegen den netge nighthawk habe ich ganz schnell wieder zurückgegeben der ist für mich völlig überdimensioniert braucht eigentlich kein mensch und jetzt kommen wir zu einer möglichkeit die für den gelegentlichen nutzer vollkommen ausreicht woher dann also nicht so ein router euch dann zulegen müsst und das ist tethering mit eurem eigenen handy schauen wir uns jetzt an und zwar könnt ihr in die einstellung eures handys gehen und gebt dort mal tethering ein im aktuellen android gibt es dann auch gleich mehrere arten des tetherings also als mobiler hotspot sich einzurechnen das könnt ihr über bluetooth das könnte über ethernet das könnt ihr auch direkt über eine usb verbindung dann machen ich gehe jetzt erstmal in die mobilen einstellung für tethering damit macht ihr nämlich letzten endes euer handy zum router und ich habe festgestellt selbst günstige handys aus china die ich auch in der vergangenheit schon zum test gehabt habe das blackview sei genannt das doogie s 96 gt sei genannt die können auch bereits als tethering 5g router dann zur verfügung stehen und können theoretisch sogar genau das was der netge nighthawk dann kann der kann 5g die können die höchsten übertragungsraten eben das was auf einem mobil von candy per se schon vorhanden ist das einzige was die nicht können gegenüber dem netge nighthawk ist so viele geräte anbinden aber wir können jetzt hier reingehen mobile hotspots und tethering auswählen mobilen hotspot anschalten und dann in die einstellung gehen indem man länger drauf stehen bleibt dann seht ihr auch hier im zähler wie viel mb heute schon verbraucht sind und jetzt seht ihr hier könnt ihr gerne sehen das passwort das ändere ich nämlich das ist hier so die standard vorbelegung ein schön kryptisches passwort aber es ist hier schon das netzname s24 von michael ist hier schon aufgerufen ich habe jetzt hier den bereich auf dem s24 mit 2,4 gigahertz vorbelegt das kann ich aber auswählen ich kann dann 2,4 gigahertz 2,4 gigahertz und fünf gigahertz auswählen fünf gigahertz bevorzugt das fünf gigahertz netz hat einen großen großen vorteil es ist nicht so störungsanfällig wie das 2,4 gigahertz netz wenn da viele netze um euch herum aufgebaut werden von vielen anderen nutzer dann können sie sich durchaus gegenseitig stören was dann zu verlangsamten datenraten führt da ist das fünf gigahertz netz etwas besser allerdings hat es dann nicht die ganz große reichweite das heißt ihr könnt dann gegebenenfalls das wlan nur innerhalb des fahrzeugs und ganz dicht beim fahrzeug aufbauen was ja beim normalfall vollkommen ausreichend so habe ich einfach aus meinem handy ein wlan netz ein router gemacht den ich dann mit meinen weiteren geräten dann nutzen kann das kann dann auch euer laptop sein mit dem er dann noch mal eure e-mails dann abruft oder auf dem laptop dann das gegebenenfalls auch gleich der hat ja ein größeres display das zum streamen dann nutzt das dann euch überlassen wie ihr das dann nutzen wollt jetzt schalte ich das mal wieder ab weil tethering müsst ihr euch auch im klaren sein belastet natürlich den akku eures handys das heißt das wird entsprechend stärker und schneller leer sein das handy und je nachdem welches modell das ist die neueren modelle kommen da besser mit klar als die älteren ich habe mal ein sony xperia gab das habe ich auch schon im video von vor zwei jahren gesagt das wurde im tethering modus nach längerer zeit der nutzung dann auch ziemlich warm das habe ich bei neueren handys eigentlich nicht mehr so festgestellt dass da noch eine enorme hitzeentwicklung ist da ist meistens dann der prozessor mehr das problem dass der prozessor warm wird wenn das gerät dann dauerhaft am arbeiten ist und das ist es natürlich wenn gerade ein tethering netz aufgebaut ist dann ist das gerät ja auch in nutzung bei allen diesen geräten seien es jetzt die mobilen router oder ist es das smartphone dass sie dafür nutzt indem er dort einfach tethering aktiviert braucht ihr natürlich einen mobilfunkvertrag da gehe ich jetzt mal ein bisschen darauf ein welche möglichkeiten gibt es da welche beschränkungen sind damit verbunden und welche fallstricke gibt es für euch am einfachsten wäre für uns natürlich ein unlimited datentarif dass wir internet so viel nutzen können wie wir lustig sind wenn wir keine beschränkung haben wenn wir dann guten empfang haben können wir dann auch gegebenenfalls die qualität bei videoübertragung beim streaming hochdrehen es gibt solche tarife aber die kosten auch entsprechendes geld und das muss man sich dann eben auch klar machen es gibt auch fallstricke dabei ein bekannter anbieter den ich auch schon vor zwei jahren im video erwähnt habe ist free netfunk free netfunk hat sich ein bisschen weiterentwickelt die haben ihren tarif etwas überarbeitet es gibt den kleinen datentarif da habt ihr täglich ein gigabyte zur verfügung das kostet euch dann pro tag 69 cent oder ihr habt unbegrenztes internet das ist dann wirklich unbegrenzt für 99 cent am tag ihr könnt diesen tarif auch pausieren für 30 tage ist das kostenlos wenn ihr über die 30 tage hinausgeht dann kostet die pausierung 29 cent pro tag free netfunk hat für mich noch ein zweites problem nämlich die download und upload raten wenn ihr den kleinen tarif fehlt mit einem gigabyte dann geben die euch wirklich gute datenraten dann habt ihr im download 225 mbit pro sekunde und im upload 50 mbit pro sekunde aber ein gigabyte ist natürlich auch sehr sehr schnell verbraucht das ist schnell weg wenn ihr den unbegrenzten tarif bekommt dann werdet ihr eingebremst da bietet free net inzwischen nur noch eine download rate von 15 mbit die sekunde an und im upload werdet ihr auf 10 mbit begrenzt 10 mbit ist dann natürlich tatsächlich schon wenig da bin ich mit meinem aktuellen tarif etwas verwöhnt da habe ich eigentlich immer so meine 50 mbit die mir zur verfügung stehen theoretisch in der praxis erreicht man die oftmals nicht ganz aber so 30 bis 40 mbit die sekunde die kriege ich meistens immer und dann geht das hochladen dann für euch der videos auch vernünftig schnell wenn man das ganze nicht von free netfunk nimmt sondern von o2 die haben auch unlimited tarife da geht es auch noch mal weiter die haben drei verschiedene unlimited tarife den basic den smart und den max der basic ist begrenzt auf drei mbit pro sekunde im download und im upload das ist so langsam das streaming effektiv unmöglich ist ihr könnt dann eigentlich nur noch eine folge vorab im download dann herunterladen das dauert dann auch eine ganze zeit bis sie das dann heruntergeladen habt und dann könnt ihr euch das dann nachträglich wenn es runtergeladen ist dann anschauen beim nächst größeren tarif dem unlimited smart da ist streaming grenzwertig also mit einem gerät und mit nicht allzu hoher auflösung könnt ihr da vielleicht gerade eben noch stream wenn dann aber zwei partner versuchen sich dieses datenvolumen zu teilen und jeder will seinen eigenen kram über kopfhörer angucken im wohnmobil das wird dann schon nicht mehr hinhauen dann bremst ihr euch gegenseitig aus erst im teuersten tarif im o2 free unlimited max habt ihr dann wirklich 500 mbit pro sekunde das ist dann auch richtig schnell und 50 mbit im upload da habt ihr dann keinerlei begrenzung mehr das ist dann also wirklich richtig gut aber dieser tarif ist auch unheimlich teuer wie teuer diese tarife sind habe ich jetzt hier auf meinem zettel noch gar nicht raus stehen das blende ich euch jetzt einfach ein welche kosten in zwei jahren jeweils für den o2 free unlimited basic smart und max dann anfallen und auch dort da gilt dasselbe wie bei dem free net funk tarif im unlimited daten ihr habt da nur den tarif und das datenvolumen zur verfügung ihr habt aber keine hardware einen weiteren aspekt müssen wir uns als wohnmobilisten auch noch mal angucken wir sind ja mobil unterwegs damit solange ihr mit eurem wohnmobil euren schwerpunkt in deutschland habt ist das alles undramatisch wenn ihr aber damit tatsächlich viel auch im europäischen ausland unterwegs seid dann ist das tatsächlich ein thema es gibt die sogenannte eu fair use also der faire gebrauch des internets und das ist jetzt so ein kleiner fallstrick für die leute die sich einen unlimited daten tarif holen da ist es auch vollkommen egal über welchen anbieter ob das jetzt free net funk oder o2 unlimited ist oder vodafone oder telekom die bieten ja auch entsprechende tarife an grundsätzlich fallen die unter die eu fair use regel und sind damit begrenzbar ob der anbieter das im konkreten fall tatsächlich macht und anwendet das kann man nicht so 100 prozent vorhersagen ich habe so aus einigen internetforen heraus recherchiert bei längeren auslandsaufenthalten wird das durchaus getan wenn man dann also nachher die vier monatsgrenze dann überschreitet dann passiert das wohl sehr regelmäßig dass dann da entsprechend dann eingegrägt wird wenn man das immer wiederkehrend macht was man ja mit dem wohnmobil dann gegebenenfalls macht kann euch das aber auch früher passieren da würde mich wirklich mal interessieren welche erfahrung ihr gemacht habt schreibt mir das mal bitte in die kommentare rein mit welchem anbieter ihr gegebenenfalls schon mal irgendwo auf die fair use regel dann angesprochen worden seid wenn ihr mit dem wohnmobil im europäischen ausland mobil datenverkehr dann gehabt habt dass ihr da vielleicht tatsächlich maus gepromst wird da können wir dann vielleicht ein bisschen aus der erfahrung von allen die jetzt das video sich hier angucken dann ein bisschen lernen wie es im tatsächlichen alltag dann angewendet wird grundsätzlich habe ich mir das mal rausgeguckt für den o2 free tarif da habe ich ja eben die drei tarife genannt basic smart und max beim basic tarif soll es so sein ich glaube dieses jahr ist es schon wieder ein bisschen mehr aber wir die nächste stufe erreicht haben ich habe hier aber die werte vom vergangenen jahr von 2023 gefunden da sollen es 15 gigabyte gewesen sein die er beim o2 free unlimited basic dann im ausland hat nutzen dürfen pro monat beim smart tarif waren es dann 20 gigabyte beim max tarif war es dann 24 gigabyte da sind wir jetzt auch so ein bisschen beim knackpunkt von dem ganzen denn wenn ihr euch ein tarif raussuchen sollt der eine feste datenrate dann hat wie viel ihr maximal dann herunterladen dürft dann müsst ihr euch natürlich auch vorher kommitten und vorher dann auch wissen was werde ich denn ungefähr brauchen das ist individuell sehr unterschiedlich ich brauche relativ viel weil ich natürlich im upload dann auch viel daten dann hochlade so ein video fertig geschnitten da hat alleine ein kurzes video dass ich euch dann hochlade schnell drei vier fünf gigabyte wenn ich dann 20 gigabyte vertrag habe dann kann ich euch in einem reiseurlaub nur noch drei videos hochladen dann ist mein datenvolumen verbraucht jetzt fragt ihr zu recht wie soll ich das denn schätzen da habe ich ein bisschen was für euch rausgeguckt das hat mit euren qualitätsansprüchen zu tun also auf welcher qualität ihr dann zum beispiel im streaming arbeiten wollt normales surfen ohne video inhalte da braucht ihr nicht so wahnsinnig viel für aber das streaming das ist der part der wirklich so richtig kostet dann haben wir mal nur mal als beispiel eine stunde in 1080p auflösung das ist also full hd das ist noch nicht 4k 4k wird dann noch mal explizit deutlich mehr eine stunde in 1080p full hd sind bereits etwas über zwei gigabyte gehe ich runter auf das was früher als hd ready bezeichnet worden ist das ist 720p das hat immer noch ausgereicht um auf einem 36er fernseher auf einem 42er fernseher eine hochauflösende darstellung zu sein das ist immerhin der anfang des hd fernsehens gewesen dann habt ihr das schon fast halbiert da sind es nur noch 1,24 gigabyte achtung auch noch mal auf die bildrate achten wenn ihr da frames per second irgendwo einstellen könnt bei dem jeweiligen streaming anbieter mit 60 frames per second was doppelt so viel ist wie normal springen diese 1,2 gigabyte dann auch schon wieder auf 1,86 gigabyte hoch braucht man vielleicht mal beim fußballspiel dass dann der ball da nicht irgendwo ruckelt aber im normalfall sind 30 bilder pro sekunde vollkommen ausreichend und jetzt kommt wenn ich jetzt in die niedrigen auflösungsraten gehe 480p 360p 240p letztere ist dann schon ein bisschen sehr matschig das ist auf dem großen fernseher nicht mehr schön anzuschauen aber da gehen die datenraten gewaltig nach unten eine stunde video in 480p das ist auf dem tablet hier immer noch ein super gestochenes bild hier müsst ihr in euch gehen wie viele stunden ihr im monat dann auf reisen ungefähr video streamen wollt und zwar pro endverbraucher wenn ihr dann natürlich mit mehreren leuten unterwegs seid die alle gleichzeitig unterschiedliche inhalte streamen wollt dann werdet ihr dort mehr bedarf haben als wenn ihr zu alleine oder zu zweit da unterwegs seid und auch dasselbe dann zusammen anguckt gemeinsames erleben ist ja immer schöner als getrennt sich dann zwei verschiedene inhalte anzugucken dann hat man auch nur noch die hälfte des datenverbrauchs es ist eine sehr individuelle geschichte ich selber habe gesagt also für meine zwecke das meiste ist tatsächlich eher der upload dass ich dann meine videos dann abends schneidet habe ich gar keine zeit irgendwo mir irgendwelche streaming angebote anzugucken also da gucke ich tatsächlich sehr sehr wenig kommt haben am sonntag kommt dazu noch ein video wo ich euch noch mal was zu meinem amazon prime ammo dann erzählen werde das habe ich nämlich gerade gekündigt weshalb wieso warum werdet ihr im video am sonntag dann erfahren vielleicht noch mal ein paar hintergrund infos vor zwei jahren habe ich mir dann bei o2 den o2 er hieß damals noch ein bisschen anders glaube ich o2 free m boost 40 gigabyte rausgesucht den habe ich zwei jahre lang genutzt habe dann auch noch mal jetzt gerade kurz vorm jahreswechsel irgendwann ein datengeschenk bekommen da wurde dann also meine datenvolumina dann angepasst das was heute neue verträge dann haben sogar ein bisschen überkompensiert der neue vertrag in dem tarif hat heute 50 gigabyte wir sind gleich 20 gigabyte obendrauf geschenkt worden in dem moment ich hatte also eine ganze zeit lang dann jetzt 60 gigabyte pro monat dann kostenlos in meinem tarif mit drin habe damals siehe das video von vor zwei jahren dann auch hardware mit dazu bekommen dass google pixel 6 bekam ich damals mit dazu mit mit ear buds mit dabei mit diesem tarif war damals internet für unter fünf euro rechnerisch möglich wenn man eben den wert der hardware dagegen stellt wenn man die behält dann sagt man ok hätte ich mir ja sonst dann gegebenenfalls für eigenes geld kaufen müssen dann hätte ich das geld ausgegeben alternativ steht euch natürlich frei weil wenn ihr das über einen vermittler macht dann ist diese hardware eine prämie die euch für den vertragsabschluss zur verfügung gestellt wird und wenn das widerrufsrecht des vertrages abgelaufen ist dann ist diese prämie verdient und dann könnt ihr sie natürlich dann auch gegebenenfalls dann einfach dann auch verkaufen an freunde bekannte oder es gibt auch entsprechende ankaufsportale und könnt euch damit euren vertrag rechnerisch günstiger machen auch das ist eine variante die ihr euch da gut überlegen könnt wenn ihr mit eurem alten handy noch total zufrieden seid why not diesen tarif habe ich mir vor zwei jahren damals sehr bewusst rausgesucht nicht nur weil er so ein sweet spot war wo man dann also das internet besonders günstig abbilden konnte mit relativ hohem datenvolumen sondern auch weil die boost tarife bei o2 auch damals bereits die connect option kostenlos beinhaltet haben die connect option bei o2 ist ein sehr interessanter aspekt gerade für uns wohnmobilisten denn dort habt ihr das recht euch weitere duplikate eurer sim karte ausstellen zu lassen auf dieselbe telefonnummer die teilt sich also dann auch das datenvolumen aber ihr habt damit sinn karten womit ihr erst handy zweit handy router 1 router 2 betreiben könnt diese karten kosten euch nichts extra ihr könnt bis zu drei aktuell ist das so damals waren es glaube ich noch zwei mittlerweile haben sie es auf drei erhöht drei karten euch ausstellen lassen mit telefonie und sieben weitere karten nur für dateninhalte definitiv funktionieren diese daten sim karten hier drin das habe ich schon selber ausprobiert dass ich da dann eine daten sim eingelegt habe und damit dann auch tatsächlich das internet nutzen konnte und eine solche option habe ich bislang nur bei o2 mit dieser connect option in den boost tarifen kostenlos gefunden man kann sich solche duplikats karten auch bei anderen anbietern an ausstellen lassen wer da erfahrung hat auch gerne dass wir uns hier einen erfahrungsaustausch liefern gerne mit rein in die kommentare was ihr eventuell dort gefunden habt gucke ich mir dann nämlich auch gerne mal für euch weiter an was da eventuell auf markt jetzt auch an anderen anbietern dann zur verfügung steht aber bei anderen anbietern habe ich es bislang wenn ich das dann versucht habe in den bedingungswerken danach zu verfolgen wird es meistens nicht so detailliert erklärt und es ist meistens so dass es dann sehr teuer und kostenpflichtig ist und man kann die option machen aber dann zahlt man für die karte monatlich eine extra gebühr pro karte dann wird das sehr sehr schnell auch wirtschaftlich uninteressanter so zu machen jetzt habe ich ein bisschen ja sweet spots für euch rausgesucht ich habe dann nämlich mal die aktuellen o2 tarife die ich bei spar handy gefunden habe dann mal rausgesucht da werden euch nämlich entsprechende hardware angebote dann auch gemacht die sehr interessant sind wir schauen uns jetzt im schritt eins aber erst mal nur die kostenseite an also nur die tarife die ich jetzt rausgesucht habe grundsätzlich interessant finde ich die boost tarife m und l und die normal tarife m und l denn die haben auch schon relativ hohes datenvolumen wer jetzt die zusätzlichen sim karten gar nicht braucht weil er zum beispiel ausschließlich tethering mit seinem eigenen smartphone machen will der ist natürlich mit einem normalen tarif ohne boost gegebenenfalls auch schon gut bedient bei allen o2 tarifen die über spar handy abgeschlossen wird ist es so dass ihr für die freischaltung 39 euro 99 zahlt im download und dem upload sind alle tarife gleich 300 mbit download das ist schon ziemlich flott das ist schneller als mein internet hier zu hause über meinen dsl-router über die fritzbox da schafft der der festnetzanbieter nur 100 mbit die sekunde hier 300 mbit habe ich mal bei dem test des net gen i talks dann auch in natura dann getestet in hamburg ist mir das tatsächlich in der großstadt gelungen werte bis an 300 tatsächlich zu erzielen auf dem flachen land wo die antennen nicht so dicht beieinander stehen habe ich aber immer noch sehr sehr gute download raten gehabt die so um die 100 mbit und zum teil auch deutlich mehr 130 140 dann gewesen sind da braucht sich keiner mehr beklagen das ist für den normalen mobilen nutzer wirklich vollkommen ausreichend und im upload haben wir ebenfalls 50 mbit die da drin sind und die werden auch ziemlich gut erreicht ich habe hier im tarif mobilen boost das ist auch eigentlich mein favorit ich selber habe den gerade abgeschlossen da habe ich mir das s24 dann mit dazu geben lassen zwei sweet spots gefunden und zwar einmal für das iphone für das iphone 15 pro dort ist der hardware wert so hoch das iphone 15 pro kostet so frei auf dem markt aktuell so um die 960 euro und wenn ich dann die ganzen kosten dagegen rechne die der vertrag dann hat und dann die hardware davon abziehe dann lande ich bei vertragskosten von nur noch 269 euro 80 der zweite sweet spot den ich hier gefunden habe ist dann beim aktuellen samsung s24 nicht das plus nicht das ultra die sind deutlich teurer aber auch die werden angeboten wer also das unbedingt haben möchte muss einfach nur für sich selber einmal durchrechnen ist das für ihn interessant oder nicht wie gesagt die links dazu findet ihr hier unter dem video dass ihr dann zu den angeboten dann springen könnt ich finde am samsung s24 toll es ist mal wieder etwas kleiner ihr seht das vielleicht schon an meiner entspannten handhaltung wir haben hier ein 6,2 zoll display das ist mein altes handy das sieht man schon wenn ich das daneben halte das ist insgesamt ein bisschen breiter ein bisschen höher also ich habe jetzt das ding knappen monat im einsatz ich habe überhaupt keine probleme damit das ding das flutscht wie eine 1 display ist toll kamera ist toll macht wirklich spaß dieses samsung s24 habe ich jetzt hier rechnerisch stand nämlich auch bei einer zuzahlung im mobile im boost tarif kostet das gerät nur 99 euro 95 zuzahlung aktuell hat aber und das ist schon gewaltig runtergekommen im preis aktuell noch einen wert von 670 euro bummelig rechne ich das dann gegen den tarif der dann in zwei jahren eigentlich 879 euro kosten würde blieben übrig 310 euro und das entspricht 12 euro 94 im monat für den datentarif einen zweiten sweet spot habe ich dann noch mal gefunden mit dem pixel 7 pro das pixel 7 pro aber mit einem anderen tarif da ist nämlich der basis tarif der mobile m ganz interessant das gerät kostet eine zuzahlung von nur 9 euro 95 in dem tarif hat aber einen wert von immer noch knappen 540 euro das pixel 7 pro ist ein ziemlich gutes handy von google auch die kamera dort ist ziemlich gut und in dem mobile m wo er immerhin auch 25 gigabyte schon hat bleiben dann nach abzug sozusagen des hardware wert ist noch 230 euro übrig das ist jetzt hier in dem vergleich erstmal der niedrigste monatliche wert wenn ich das nämlich monatlich dann runter rechne entspricht das nur noch 9 euro 61 pro monat was ihr dann für den mobilfunkt tarif rechnerisch zahlt aktuell und da müssen wir jetzt aufpassen auf der o2 seite steht dass das ganze noch bis zum zweiten april gültig ist auf der spar handy seite steht aber eine befristung bis zum 31 dritten und deswegen habe ich mich auch ganz schnell dran gemacht dieses video für euch zu schneiden könnt ihr noch an der zwei für eins aktion von o2 teilnehmen wenn ihr also das datenvolumen das sie hier nutzen wollt verdoppeln wollt weil ihr eurem partner dasselbe dann auch zugutekommen lassen wollt ihr kriegt nicht noch mal die hardware ihr kriegt nur den zweiten vertrag aber den bekommt ihr komplett kostenlos das ist die aktion zwei für eins die ist wie gesagt jetzt aktuell befristet o2 sagt bis zum zweiten april ist das noch abschließbar spar handy befristet das auf dem 31 dritten wenn ihr dort sagt ich möchte die zwei vereins aktion haben bekommt ihr zwei verschiedene sim karten mit verschiedenen telefonnummern unabhängig voneinander und der preis für beide verträge wird rabattiert auf genau die hälfte in einem newsletter habe ich jetzt gerade noch mal brandaktuell ein angebot von spar handy gefunden das nicht unter die zwei für eins aktion fällt das ist nämlich kein berechtigter tarif dafür wir haben einen tarif der nennt sich basic 30 der hatte wohl ursprünglich mal 30 gigabyte pro monat der ist jetzt aber aktuell schon auf 35 gigabyte lte dieser tarif kostet monatlich nur 19 euro 99 anschlusspreis ist wie immer 39 99 dafür bekommt ihr für eine zuzahlung von nur 9 euro 95 das google pixel 7a und das ist ein ziemlich gutes handy die a fassung ist sie immer so die mittelklasse variante von dem high end gerät bei google gewesen als das google 7 damals rausgekommen ist kam kurze zeit später das google 7a raus aktuell wird dasselbe spiel mit dem google pixel 8 gemacht 19 euro 99 mal 24 monate sind knappe 480 euro hier in zwei jahren an monatlichen grundgebühren bezahlt dazu kommt natürlich noch die aktivierungs gebühr das sind 39 euro 99 sind wir bei 519 euro 75 und jetzt kommt noch die zuzahlung dazu plus 9 euro 95 sind wir bei knappen 530 euro das ist das was dieser vertrag euch in zwei jahren kostet jetzt rechnen wir die hardware dagegen dann seht ihr genau wie ich das auch bei den anderen angeboten gerechnet habe das google pixel 7a ist aktuell ungefähr 368 euro im neupreis wert so wird es im handel gehandelt den wert setze ich jetzt einfach mal an also rechne ich minus 368 euro bleiben nur noch 161 euro für den tarif das ist jetzt schon gut jetzt ist aber bei diesem auch noch das google pixel bad a series ohrhörer set mit dabei das ist hat aktuell auch ein wert ob man das dafür bezahlen würde es steht auf dem anderen blatt das hat aktuell ein wert von 63 euro ich mache mir jetzt den spaß ich nehme die 63 euro ich sage ich würde mir auch die pixel bad a dann auch kaufen für das geld ich rechne also noch mal minus was waren das 63 euro jetzt bleiben nur noch 98 euro 70 in zwei jahren rechnerisch die dann der tarif noch an kosten verursacht weil ich ja die hardware mir ja gekauft hätte und wenn ich das jetzt durch 24 rechner dann sind wir wieder auf dem was ich vor zwei jahren als video auch schon mal gebracht habe 4 euro 11 rechnerisch pro monat die dann der tarif noch kostet wenn man die kosten der hardware von den sonstigen fixkosten abzieht solche angebote hat es lange nicht mehr gegeben die sind auch immer relativ selten wenn ihr also aktuell bedarf für ein handy habt und ein google pixel 7a für euch ein vernünftiges handy ist ihr diese geschichte mit zwei verträge für eins nicht nutzen wollt und alles mögliche ist das momentan ein unschlagbares angebot wird denke ich relativ schnell auch verschwunden sein also wenn ihr das video anschaut und es ist schon nicht mehr abschließbar guckt nach dem nächsten sweet spot es gibt sowas immer mal wieder ich hoffe ihr guckt mein kanal etwas öfter als nur alle zwei jahre das ist jetzt tatsächlich sozusagen das update video zu einem fast gleich aufgebauten video von vor zwei jahren ihr könnt euch also ausrechnen in ungefähr zwei jahren werde ich wahrscheinlich wieder ein solches video machen aber auf meinem kanal findet ihr in der zwischenzeit auch viele viele hilfreiche tipps zum thema wohnmobil zum thema reisen ich bastel auch ganz gerne hier an meinem schwarzen scharf dann auch mal selber und verbessere und verändere sachen ich teste dann auch mal irgendwelche ausrüstungsgegenstände die man gut unterwegs gebrauchen kann wacken open air ist eins meiner meine highlights jedes jahr habe ich letztes jahr auch aus der schlammschlacht sehr schön berichtet jetzt aktuell steht als nächstes erst mal das 24 stunden rennen an und mein frühjahrsurlaub ich bin taucher das heißt da wird dann auch mal gegebenenfalls ein video dann mal ganz außer der reihe kommen da wird dann mal vielleicht die dominikanische republik dann mal thematisiert werden über und unter wasser da gucken wir dann mal was mir da so schönes über den weg läuft wenn euch dieses video gefallen hat dass mir gerne ein like da lasst mir gerne ein abo da wer nicht abonnieren will ist nicht so schlimm aber ihr verpasst keins meiner videos mehr und ich freue mich über jedes abos bis zum nächsten mal euer michael